...deutsche Majestin, hier auch nicht gebogen. Aber ich habe immer wieder gut und ausgemogen. Wir kennen jeden, jeden, jeden. Da haben wir die Zaun-intelligenten gerne gemacht. Die Zaun-intelligenten, also nur erst, ich brauche. Aber warum? Nein, ja, ich frage mich auch. Nee, Manni. Aber, wie gesagt, nur intelligent. Nur intelligent. Box ist intelligent. So, jetzt machen wir die Mieter ein bisschen den Schattenbocken. Und probieren wir das, doch. Das war's nicht gesagt, dann probieren wir. Und das ist, du hast dich gesagt, dann probierst du das. Nein? Oh, das ist, nein. Und dann für uns, dann. Und wenn diejenigen, die sich die Ecke, ab, ab. Und dann, ab. Und dann, ab. Und nicht, sie verruhen, auf. Und dann, ab. Mani, 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 mani. Okay? Mani, sie normalerweise ausleggele. Fernando Marzano, 77 plus, topfit, FCN, italienische Trainerlegende. Vielen Dank für die Einladung. Und viele machen so schnell wie die Führer und Sandschlagen. Keine Ausmacht direkt an. Viele, die sind aber laut. Die werden da nicht. Die ist aber bloß. Und das ist scheiße. Dann lege ich die Hand mit. Ich gebe die Hand mit. Die liegen und schlagen direkt mit der Bisse. Du hast ein bisschen. Fuss. Und deswegen machen wir das lieber mit Deku. Die Deku ist ja wichtig. Fit mit itm.rode.de Okay, Leute, hau. Und ihr macht jetzt Zandvo. So, völlig gemacht zu Zandvo. Probieren wir mal den Zahn. Drei Minuten Zahnvo. Drei Minuten? Drei Minuten, drei Minuten, ja. Drei Minuten, drei Minuten, Pau Vorab. Denn hier Minuten�, den watchen Zahn, Stein, holen sich 섹 hamburgieren. Dober 소개 ports bleibt jetzt auf der Punkt, Schuss, schuss, schuss. Schuss, schuss. Schuss, schuss. Schuss, schuss. Schuss. Schuss, schuss. Oh, das ist es, das ist die größte der ganzen Zeit. Du musst runtergehen, du bist Lene. Das Interview folgt. und dann geht's und dann geht's und dann geht's und dann geht's